Der Panzer ist lustig! Ich weiß es zu filmen! Das ist ein Otter! Da steht doch ein Schild, was das ist. Guck mal, die haben sogar ein Stromband da dran. Kabel ist das ja nicht. Damit die nicht drüber gehen. Die können wahrscheinlich, wenn die wollen, das Holz hochlaufen. Ja.